joo freunde und herzlich willkommen zum nächsten video hier auf fc fabio mit neuer kamera zum ersten heimspiel der saison unseres fc zu hause gegen den vw wolfsburg ich werde euch heute wieder mitnehmen es wird endlich mal wieder zeit für den blog ja ich muss sagen ich habe echt ein gutes gefühl wie ihr so ein bisschen im hintergrund seht geiles wetter schön sonne 23 grad glaube ich also besser geht es nicht wir werden dann gleich wie immer vor dem stadion filmen und ja hoffen wir auf einen erfolgreichen blog auf ein gutes spiel und vor allem mit einem guten ende für unseren fc und ich würde sagen bis gleich so freunde wir sind endlich an dem wunderschönen schmuckstück in müngershoff angekommen es fühlt sich einfach an als wenn wir fünf jahre weg gewesen diese sommerpause ist einfach zu schlimm ja einige hier schon am kicken da wird man schon heiß aufs spiel ja auf jeden fall ich habe immer noch gute vibes ich sag aber trotzdem das spiel sehr sehr schwierig wird ich sage aber dass wir am ende knapp mit 2 zu 1 gewinnen und die drei punkte hier behalten was sagt die schevin hallo ja ich denke wir gewinnen 2 zu 1 wird ein knappes spiel aber ich freue mich total so dann kann ja nichts mehr schief gehen heute zu null mein freund web bastard so ich mir heller geht ich 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 Applaus Applaus Wim Corbett Schwab Schley Lang vos mit der Nummer 4, Timo, mit der Nummer 6, Eri, mit der Nummer 4, Timo, mit der Nummer 9, Luka, mit der Nummer 9, Luka, mit der Nummer 17, Lerner, mit der Nummer 18, Lasko, mit der 24, Season Champs. Aufmerksamkeit und die Nummer 18, Derry, 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 Derry. Derry, 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 Derry. Musik 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 Und die erste Rührende Stunde ist gespielt und man muss sagen, bisher die besten Chancen haben wir auf jeden Fall leider Wohlfahrt gehabt. Schwäbe mit überragenden Reflex, ein Kopfball in die Arme von Schwäbe und einmal tauchen die Würfe lang vom Tor auf und schieben den Ball daneben. Also bisher muss man sagen, ist der FC ein Glück. Aber dennoch merkt man, die Nudeln, dass sie Bock haben und auf jeden Fall es geben. Wie ihr hört, die Fans auch geistkrank am Start. Besser Top. Müsste uns leider nur gut, weil ich auf jeden Fall noch steigere. Ecke für den FC und Witze nicht wieder so eine kurze Scheiße. Junge, bring die Flanke in Fünfer, Witze. Witze, bring die Flanke in Fünfer. Wieder ein Tor, komm. Komm, 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 komm. Er 100-14. Er 100-15. Ich weiß, wie ihr seht, Freunde, aber für mich ist das viel zu kompliziert, wie es hin und näher bei der Ecke macht. Junge, klopft doch einfach an die Flanken, Fünftal. Jungs! 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 Ich muss sagen, in der ersten Hälfte bin ich nicht so ganz zufrieden. Wir haben zwar, finde ich, okay gespielt, aber es war auf jeden Fall zu wenig. Jungs war deutlich gut im Spiel. Wir hätten eigentlich schon länger zurück sein müssen, sagen Sie sich ganz ehrlich. Jetzt spielen wir leider auf die Nordkurve zu und ich hoffe, dass wir sie in der zweiten Hälfte besser machen. Jetzt spielen wir leider auf die Nordkurve und ich weiß nicht, dass wir sie in der zweiten Hälfte besser machen. Der 55. Spieljute, Tor für unseren DS Löffel Zähler! Der Innenpräsident des 1.0 Torschütze war der Spieler mit 1.9. Let's go! Ich hab nie was gesagt! Es ist so dumm, es ist so dumm, so unnötiges 1.1 Kassier. Es stehen locker fünf Leute von uns gefühlt in der Mitte. Wolfsburg 2 und der Kühlke irgendwie reingeschoben. Es ist so dumm wie alt. Boah, so dumm wie alt. Ja, Freunde. Weg zum Teil. Leider, muss ich zumindest sagen, finde ich schon, ist es leider ein verdienter Win für Wolfsburg, wenn es dabei bleibt. Ja, war heute leider zu wenig. Ich finde, uns fehlt aber auch einfach vorne die absolute Durchschlagskraft. Keine kreativen Momente. Und nach dem Ende ist halt einfach kein Sturm, wo der die Bälle festmachen kann. Das ist leider nichts im Namen von. Ja, und gerade hat Wolfsburg die ganze Zeit Ballbesitz auf halt genau das, was sie eigentlich haben wollen. So, Freunde, Ecke, letzte Szene und danach der Schnitt vorbei. Scheiße, das war's. Freunde, ich bin zu Hause angekommen. Ja, Ergebnis tut auf jeden Fall weh. Unterm Strich, muss man sagen, es war aber schon verdient anhand der Chancen. Gerade erste Halbzeit, was Schwäbe da rausgeholt hat, da hätte man schon mit ein oder zwei Toren zurück sein können. Ich denke, dieses Spiel hat gezeigt, dass wir einfach offensiv weiterhin unsere Probleme haben. In Dortmund haben wir super gespielt, aber das Tor nicht gemacht. Diesmal haben wir nicht gut gespielt und zu wenig Chancen überhaupt rausgespielt, um ein Tor zu machen. Deswegen bleibt das ein riesen Baustein beim FC, die Offensive. Und ja, ich hoffe, dass der Vlog mit der neuen Kamera euch gefallen hat. Es tut mir auf jeden Fall leid für die Wackler. Ich habe die Cam ohne Kamerastab gehalten, also quasi immer dann so mit einer Hand. Ja, war dann ein bisschen zu wackelig. Ich werde dann beim nächsten Mal gucken, dass ich irgendwie den Kamerastab mit reinkriege und dann die Cam auf jeden Fall stabiler halten werde, damit diese Wackler nicht mehr drin sind. Sorry auf jeden Fall dafür. Ich werde es auch nochmal in die Videobeschreibung schreiben. Ja, und hoffe, dass ihr die Niederlage halbwegs verdaut. Nächste Woche Sonntag geht es dann schon weiter mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Das wird auf jeden Fall natürlich auch nicht leichter. Hoffen wir, dass wir da vielleicht mal zumindest den ersten Punkt holen. Und ja, wie gesagt, trotz der Wackler hoffe ich, dass der Vlog euch gefallen hat. Könnt mir mal eure Meinung zum Spiel unten reinschreiben. Und neben dem Kommentar würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer, ich mache wieder. Euer Fabius, raus, haut da rein. Und tschau. Bis zum nächsten Mal.